Guten Morgen, liebe HSV-Mannschaft. Also ich suche schon seit langem irgendwie eine Gelegenheit, mal zu euch sprechen zu können. Ich mache es jetzt einfach auf diesem Wege. Ich bin ein bisschen wütend. Gestern Abend hat Bochum 5-0 gegen Düsseldorf gewonnen. 5-0, muss man sich mal vorstellen. Klar, rote Karte, Unterzahl der Gegner. Aber was wäre denn bei uns gewesen? Wir hätten den Elfmeter reingemacht, 1-0 geführt und dann hätte man das Ding nach Hause geschaukelt, irgendwie bis zur letzten Minute gewartet, ein bisschen hin und her geschaukelt den Ball und am Ende hätten dann Leute kurz in der Abwehr die ersten Selfies gemacht und dann hätte dann der Fortuna Torwart mal eben einen langen Abschluss gemacht und wir hätten bestimmt in der 92. 1-1 bekommen. Ja, Spaß beiseite, aber ist ja so. Diese Galligkeit, diese Gier, was zu erreichen. Wo ist die denn bei euch? Das ärgert uns. Die letzten beiden Jahre haben wir als Fans viel mitgemacht. Wir mussten viel leiden. Ja, Leiden kommen von Leidenschaft. Die haben wir, die vermisse ich leider manchmal bei euch. Aber der Reihe nach. Nach Dresden habt ihr eine Reaktion gezeigt. Ihr habt gekämpft und eure vorhandenen Qualitäten eingebracht. In dieser Kombination konnte euch kaum jemand das Wasser reichen. Klar hat man auch Glück gehabt. Keine Frage. Dann habt ihr auch Pech gehabt gegen Pauli, gegen Kiel. Alles in Ordnung. Gegen Bochum, den Aussetzer. Kann ich auch verzeihen. Dann habt ihr euch zusammengerissen in Heidenheim, 2-0 geführt. Aber Leute, die letzten Jahre, Heidenheim, jeder weiß, dass das das noch nicht war. Warum kämpft man denn nicht bis zum Umfallen? Warum kämpft man nicht um jeden Meter da hinten, um dieses 2-0 über die Zeit zu bringen? Nee, da verfiel man wieder in so eine Selbstgefälligkeit. Nee, wer soll uns was antun, wenn wir mal gut spielen? Das nervt. Mit 2-0, da kämpfe ich um jeden Meter, damit die kein 2-1 machen. Und wenn sie das 2-1 machen, kämpfe ich, dass die kein 2-2 machen. Da will ein Spieler den Ball ins Aus gucken und der andere Gegenspieler, der kämpft um jeden Zentimeter und holt den Ball. Und diese Körpersprache, den Ball zu bekommen, die ist wichtig. Das wisst ihr aber auch. Und da muss der Schalter umgelegt werden. Da muss er auf Attacke. Ihr müsst eure Qualitäten, die ihr habt, einbringen, aber in Kombination mit dem Kampf. Jetzt geht's gegen Hannover. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, vor der 125-Jahr-Feier, nebenan da in dem Dom. Da war das Heimspiel gegen Hannover. Die Hütte war ausverkauft. Ein Fahnenmeer. Jeder Fan hat geschrien. So laut war das noch nie im Stadion. Nun sind wir am Wochenende leider nicht im Stadion und können keine Lautstärke machen wie damals. Aber eins verspreche ich euch. Jeder einzelne HSV-Fan sitzt vorm Fernseher und macht genauso eine Stimmung wie damals. Wir wollen euch zum Sieg schreien. Wir machen alles. Wir kämpfen. Wir haben die Leidenschaft. Und diese Leidenschaft bitte ich, euch jetzt auch an den Tag zu legen. Die Qualitäten offensiv habt ihr. Und jetzt hinten Attacke. Wir haben die Leute, die das extra dafür machen sollen. Toni, gib Gas da hinten. Reiß denen mal einen auf da hinten. Aber nicht dieses Fahrige wie gegen Heidenheim. Das bitte nicht mehr zeigen. Dieses Gesicht wollen wir nicht mehr sehen. Also gemeinsam schaffen wir das am Wochenende. Nur der HSV.